WLF-Welt-Champion Daniel, man muss ja mal fairerweise sagen, du warst ja gar nicht geplant. Du bist Donnerstag, habe ich gehört, hab dir zugesagt. Jetzt kommst du hierher und holst das Ding. Kannst du das schon irgendwie in Worte fassen? Es ist in Worte fassen. Es war halt Glück, harte Arbeit, Training. Was soll ich dazu sagen? Das Glück war auf meiner Seite. Gut gekämpft, stark gekämpft, durch K.O. in der dritten Runde gewonnen. Leider konnte Dima nicht antreten, der Chinese auch nicht. So kam der Gürtel eigentlich mehr oder weniger zugeflogen. Ich war halt fit, wie ich und K.O. im Training. Jeden Monat einen Kampf, wenn nicht sogar zwei. Dann war das halt für mich so, komm, nehme ich mit, kämpfe ich. Ein Turnier mehr auf meiner Liste. Vielleicht kann ich ja absahen. Und ich hatte das Glück, harte Arbeit. Du hast gerade gesagt, Dima Weimar hatte einen schweren Cut nach seinem Halbfinale. Der Chinese ebenfalls verletzt. Aber Kamal an sich als Trainer. Ihr wart im Training, weil sonst hättest du dem Ganzen garantiert nicht zugestimmt. Definitiv. Der Daniel war top im Training. Sonst hätte ich den Kampf wirklich nicht angenommen. Weil ich weiß, da waren gute Gegner dabei gewesen. Der Chinese, Dima, ist ein starker Kämpfer. Deswegen hätte ich den Kampf erstmal gar nicht angenommen. Aber wie gesagt, der war top in Form. Und das hat man heute auf jeden Fall hier gesehen. Weißt du, stark gekämpft in der dritten Runde. Auf jeden Fall gegen einen starken Holländer gekämpft und gewonnen. Wie gesagt, im Finale hätten wir natürlich gerne gekämpft. Aber so ist es halt. Weißt du, wenn einer verletzt ist, dann ist er halt verletzt. Dann kann er halt nicht kämpfen. Somit haben wir den Gürtel gewonnen. Und ich bin, ehrlich gesagt, stolz drauf. Direkt den ersten Weltmeister am Rheinland-Palestin seit September haben wir geöffnet. Und direkt schon den ersten Weltmeister. Da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Du hattest seinen Gegner in deinem Halbfinale mit den Low-Kicks ziemlich gut getroffen. Und da war das Gesicht mehr als schmerzverzerrt. Wenn man von außen dazuguckt, dann sieht das immer so einfach aus. Hättest du es vielleicht noch schneller zu Ende führen können, wenn du noch ein paar Low-Kicks reingeknallt hättest? Ich hätte es schneller zu Ende bringen können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kammer hat mir auch gesagt, Low-Kicks nur... Ich wollte nicht überpacen den ganzen Kampf. Ich wusste, es gibt eine dritte Runde. Ich war am Führen. Ich wusste das. Kammer hat mir auch eine Ring-Gag gesagt. Du bist am Führen, mach weiter so. Und ich wollte nicht unnötig in den Block treten, dass ich jetzt auf jeden Fall beim nächsten Kampf gegen die mal ein geschwollenes Schienbein oder Verletzung oder sonst ein Riss oder sonst was zur Vontrage. Ich habe auf meine Chance gewartet. Die kam in der dritten Runde. Ich habe den Low-Kick reingesetzt. Dann war Sensor und war vorbei. Ich habe auf den Zeitpunkt gewartet und habe ausgenutzt, leider Gottes. Ja, leider Gottes eigentlich nicht. Als Kämpfer darf man das ja gar nicht sagen. Ralf hat es im Ring schon gesagt. Titel wird verteidigt. Nicht 14. Januar, sondern 14. Juni. So was um den Dreh rum. Wahrscheinlich Irland oder wäre der China lieber? Irland ist ein cooles Land. Das werde ich auch mal gerne sehen. Aber China, wieso nicht? Bei beiden Ländern noch nicht. Vielleicht nehme ich beide Länder mit. Irland und dann China. Ich bin davon auszugehen. Der Kampf wird auf jeden Fall bestimmt gegen Dima stattfinden. Der hat auch hier Halbfinale gewonnen. Wer fairerweise nur, dass es wirklich gegen Dima laufen würde. Er hat sich heute bewiesen. Er hat eigentlich den Kampf leider verletzt. Dima hätten Anspruch auf den Titel. Den verteidige ich auf jeden Fall. Und wenn ich den Titel gewonnen habe, was ich auch hoffe, fahren wir nach China. Bisschen Kamal. Warum nicht? Kamal, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen sprechen. Vor ein paar Wochen hatten wir ein schönes Interview mit dir. The Lion King is back. Dein Rücktritt vom Rücktritt, obwohl du eigentlich nie wirklich zurückgetreten bist. Soll es gegen Laurent Sachs kämpfen in Österreich. Dann ist die Veranstaltung verschoben worden. Was gibt es denn da Neues? Vor ein paar Wochen ist gut. Das waren vor ein paar Monaten. Und zwar vor Sommer. Also vor meinem Start mit der Sportschule. Und ehrlich gesagt, ich hatte vor auch ein Comeback zu machen. Nur mittlerweile seit ich das am Rheinland Palace habe, das ist gar nicht mal machbar. Weil ich muss mich um die ganzen Kämpfer kümmern, um die Sportschule, um meine Familie. Das ist schon eine Menge Arbeit. Da fehlt mir halt die Zeit, um selber ehrlich gesagt auch zu trainieren und fit zu werden. Jetzt könnte man ja, wenn man gemein wäre, sagen, ja, Marc Vogel macht am 4. Oktober sein Comeback auf der Merseburger Feignade. Leitet ja auch ein paar Firmen. Ja, ich meine, wenn er das kann. Na, wie sieht es aus? Ja, das Gute ist, der kommt ja zu mir trainieren. Und ich muss ja eine Schule leiten. Das ist ja der halbsten. Ja, ist schon hart. Wie gesagt, ich kriege immer noch das Gefühl, nochmal in den Ring zu gehen. Klar, gerade wenn ich jetzt sehe, dass die Jungs im Ring stehen und kämpfen, da habe ich immer das Gefühl, da musst du nochmal rein. Aber ich muss ehrlich sein, es ist hart, weil jetzt selber eine Sportschule zu führen und dann halt selber zu kämpfen, das ist normalerweise einfach Dummheit. Also ein Comeback doch leider ausgeschlossen. Hat schwer ins Herz zu sagen, aber ich glaube ja doch. Vielleicht kannst du ihn nochmal motivieren, ein bisschen so. Okay, zum Abschluss vom Interview. Die letzten Worte sollen natürlich euch hören. Daniel, wenn du was loswerden möchtest, was du noch vielleicht bisher noch nicht gemacht hast, hast du jetzt in der Kamera die Möglichkeit dazu? Ich danke auf jeden Fall Kamal für alles, der mich hochgepusht hat ohne Ende. Auch wo es mir nicht gut ging, mich gepusht hat, zum Training gezwungen hat, wo ich auch einen Monat nicht da war. Ich danke Murat auf jeden Fall für die Top-Kämpfe, die er organisiert mit Kamal zusammen. Ich danke mein ganzes Team, die mich unterstützen, die mehr Sparring machen. Marc und Alex, danke ich auch, Team Vogel. Klasse, dass ihr da seid zum Sparring, zum Training. Immer eine Freude mit euch. Ich danke alle, meine Familie. Und hauptsächlich auf jeden Fall Kamal, der mehr Vater und Trainer, alles zusammen für mich ist. Und ich hoffe, wir holen noch ein paar Titel nach Hause. Kamal muss nicht mehr kämpfen, ich mache den Job für den. Der nächste Kleine ist da. Dafür sind die Jungs jetzt da, genau. Ja, dann sage ich euch mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit noch genommen habt. Viel Spaß jetzt beim Feiern. Hamburg bittet ihr viele Möglichkeiten dazu. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es doch zum Comeback kommt. Vielen Dank euch beiden. Daniel Sulaya, Kamal Elamrani. Daniel Sulaya, Kamal Elamrani.